Tettnang in Baden-Württemberg. Die vielen Autos sind auf dem Weg zur Messe Tuning World Bodensee in Friedrichshafen. Mehr als 90.000 Besucher aus ganz Europa reisen jedes Jahr zu diesem Community-Treff. Viele von ihnen mit dem eigenen getunten Wagen. Ob die Umbauten auch korrekt sind, das prüft die Polizei Ravensburg dieses Jahr in einer Großkontrolle. Mit dabei Marco Kammer und Andreas Cudella. Viele Leute kommen hierher und es gibt dementsprechend auch viele Fälle, die gerade für diesen Anlass ihr Fahrzeug kurzzeitig verändern, ohne das vielleicht entsprechend zu genehmigen oder genehmigen zu lassen. Und weil sowas eben auch schon bekannt ist, dass das vorkommt, machen wir diese Kontrollen. Die Polizisten ziehen einen sehr tiefliegenden Ford mit Schweizer Kennzeichen in die Kontrolle. Dieser Umbau sorgt für einen sportlichen Look und ist in der Tuning-Szene besonders beliebt. Doch ist alles auch legal? Wir führen allgemeine Verkehrskontrollen durch. Haben Sie einmal den Fahrzeugschein und den Führerschein bitte? Jawohl. Sie sind auf dem Weg zur Tuning-Messe? Gut. Hatten Sie schon mal irgendwas mit der Polizei zu tun, Herr ***? Noch nie? Immer brav gewesen? Immer, ja. Wunderbar. So soll es sein. Was haben Sie dann am Fahrzeug alles verändert? Einmal das Fahrwerk. Ja. Die Dürfbeleggung ist aber auch der Seinfrei. Ja. Und die Standscheibe ist auch der Freien. Das war's? Sonst nichts? Nein, alles da ist alles original. Das Motorrad. Räder auch oder sind es die Originalen? Das sind die Originalen. Das sind die Originalen. Die sind aber, glaube ich, die E3. Okay. Haben Sie irgendwelche Unterlagen noch sonst? Irgendwelche Genehmigungen oder irgendwas? Nein. Nichts? Nur das, was hier drin steht? Genau. Okay. Da steht alles da unten links. Ja, ja. Kleiner Moment, ja? Die Polizisten überprüfen die Umbauten, die im Fahrzeugschein aufgeführt sind. Wer sein Auto tunet, muss die Veränderungen von einem Kfz-Gutachter abnehmen und im Fahrzeugschein vermerken lassen. Andreas Codella und Marco Kammer schauen sich den Bereich zwischen den Reifen und dem Kotflügel genauer an. Also dadurch, dass er ziemlich tief wirkt und wahrscheinlich auch ziemlich tief ist, das müsste man nochmal abmessen, schauen wir jetzt gerade nach Schleifspuren, die entweder am Kotflügel sind oder am Reifen. Die sehen ziemlich frisch aus. Andi, was meinst du? Guck hier. Die sind ganz schön glatt. Siehst du? Sieht man was vom Reifen? Die Polizisten vermuten, dass der Reifen während der Fahrt am Radkasten schleift. Das passiert, wenn der Wagen tiefer liegt als erlaubt. Wie sieht's denn aus von der Höhe? Der hat... Weil hier, der sieht schon ziemlich gut aus. Vorne 3,30, hinten 3,25. Von der Reifenmitte bis zur Karosserie darf der Abstand nicht größer als 33 Zentimeter sein. Das Problem ist, wenn jetzt die Höhe nicht stimmt, so wie hier, hier wären wir jetzt so anderthalb Zentimeter, etwa zu tief, kann natürlich die Gefahr bestehen, dass der Reifen hier schleift an der Kotflügelinnenkante. Das kann natürlich dann letztendlich auch dazu führen, dass der Reifen, der sich ja natürlich erhitzt durch die Reibung, dann an Gummi verliert und letztendlich im schlimmsten Fall während der Fahrt platzen könnte. Andreas Kudela und Marco Kammer sind beide seit vier Jahren bei der Polizei. Für die Kontrolle getunter Fahrzeuge haben sie extra Schulungen besucht. Man sieht hier viele verschiedene Veränderungen, auch wirklich sehr schön umgebaute Fahrzeuge, weil es einfach ein Riesenbereich ist, der brutal tiefgreifend ist, beschäftigt man sich selber gerne mit dieser Thematik und interessiert sich auch dafür und hat da vielleicht auch so ein bisschen so ein Faible dafür, für große Motoren oder viel Leistung oder was weiß ich oder Umbauten und allein natürlich auch die Technik ist faszinierend. Trotzdem dürfen die Umbauten nie eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer sein. Marco Kammer prüft als nächstes das veränderte Fahrwerk. Durch neue eingebaute Federn liegt das Auto deutlich tiefer. Also es sollte jetzt laut im Fahrzeugschein ein KW-Gewinde-Fahrwerk sein, in der Farbe gelb und müsste dann auch eine gewisse Bezeichnung drauf haben. Jetzt schauen wir mal, ob das übereinstimmt. Machen Sie gerade schon mal die Motorhaube aus, bitte? Ja, gelb ist es. Gucken wir mal, ob wir mal die Kennzeichnung darauf finden. Ja, passt. Im Motorraum passen alle Teile mit den Eintragungen im Fahrzeugschein überein. Ob von dem tiefer gelegten Wagen eine Gefahr für andere ausgeht, prüfen die Polizisten bei einem Fahrtest. Wir fahren jetzt rüber auf den Parkplatz und dann tun wir verschränken. Hier, also hier die Straße rein und dann links. Okay? Verschränken bedeutet, wir werden jetzt ein Vorderrad und ein Hinterrad auf eine gewisse Höhe bringen, am besten bis zur Volllast, sodass wirklich die Feder kaum mehr Spiel hat. In dem Zustand darf der Reifen nicht in Kontakt kommen mit der Kotflügelkante. Deswegen werden wir dann auch ein bisschen das Rad eindrehen, um zu gucken, ist da wirklich noch Platz zwischen Reifen und Kotflügelkante. Und wenn das gegeben ist, dann haben wir kein Problem, dann ist alles in Ordnung. Bei dem Test hilft ihnen ein Tuning-Spezialist aus Bayern. Und wenn wir dann hier dann das alles aufgebockt haben und setzen sie sich rein, dann gucken wir das langsam einlenken, um zu schauen, ob das dann streift oder nicht. Aber wie gesagt, ich sage ihnen dann, ob sie ganz nach links lenken können oder nicht. Je nachdem, ob es anliegt oder nicht. Aber jetzt geht es hinten noch gleich hoch. Und zwar bis zum Anschlag. Durch das Aufbocken der Reifen staucht es die Federn maximal zusammen. Das passiert, wenn der Wagen voll beladen ist. Dann sollten zwischen dem Rad und der Karosse mindestens noch 6 Millimeter Luft sein. Okay, passt gerade so durch. Wie sieht es vorne aus? Jetzt langsam nach links einschlagen. Ganz langsam. Stopp. Ein bisschen weiter noch. Okay, stopp, stopp. Soll ich machen was? Da bitte jetzt gehen wir schon. Mehr als 90.000 Besucher kommen jedes Jahr mit ihren getunten Autos zur Messe Tuning World Bodensee in Friedrichshafen. Nicht immer sind ihre Umbauten legal. Marco Kammer und Andreas Kodella von der Polizei Ravensburg kontrollieren mit Kollegen in Tettnang, ob bei diesem Auto aus der Schweiz die Reifen am Kotflügel schleifen. Das ist ein bisschen weiter noch. Okay, stopp, stopp. Soll ich machen was? Jetzt geht es ja. Also, da passt nicht mehr mehr der Führerschein durch. Dementsprechend können wir gerne aussteigen und uns anschauen. Also, hier sieht es definitiv danach aus, dass der Reifen anliegt an der Kotflügelkante. Also es ist vor allem gefährlich bei irgendwelchen Bewegungen während der Fahrt, möglicherweise auch Schlaglöcher oder sonstiges, Kurvenfahrten und so weiter. Wenn hier dann wirklich der Kotflügel, beziehungsweise der Reifen an der Kotflügelkante anliegt, ist die Verkehrssicherheit definitiv hier gefährdet. Andreas Kodella dokumentiert das Ergebnis für die Bußgeldstelle. Neben einer Anzeige bekommt der Fahrer eine Geldstrafe von 80 Euro. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss er die an Ort und Stelle zahlen. Doch das ist noch nicht alles. Die Weiterfahrt wird untersagt. Da müssen sie sich jetzt darum kümmern, dass sie entweder, wenn sie möchten, den Mangel vor Ort gleich beheben, dass sie vielleicht jemanden anrufen, der mit ihnen das Fahrwerk entweder wieder hochschrauben kann, dass es nicht mehr schleift oder dass sie eben dann mit dem Hänger kommen müssen und den in die Heimat wieder zurückbringen müssen. Genau. Okay. Das ist jetzt erstmal die Geschichte. Vielleicht haben Sie oder haben Sie hier irgendwie einen Kollegen, der vielleicht irgendwie einen Wagenheber schnell besorgen kann oder sowas? Wo sie dann einfach auf die vorgegebene Höhe hochschrauben. Ich muss abklären, ob ich es vor Ort kann machen. Ja. Also dann klären Sie das jetzt mal ab und dann reden wir nochmal, okay? Also. Generell gesagt sind wir ja immer daran interessiert, dass die Leute weiterfahren können, dass die Leute ja ihren Spass bei denen bei den ganzen Sachen haben, jetzt auch mit der Tuningworld. Deswegen kommen die Leute her. Wir wollen das denen natürlich auch nicht vermiesen. Marco Kammer notiert die Daten des Fahrers für die Busgeldstelle. Da der Schweizer den Mangel heute nicht mehr beheben kann, bleibt der Wagen stehen. Aber ich habe mir den Tag ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte jetzt eigentlich an die Tuningworld, aber ich muss ja auch noch schauen, wie ich dort vorgekommen. Die Kollegen sind immer schon dort, aber ja. Es ist jetzt ein bisschen ins Wasser gekehrt. Die Strafe samt Bearbeitungsgebühren zahlt der Tuner mit Schweizer Franken. Gut, der Fahrzeugausweis, in den Führerschein kriegen Sie wieder, der bleibt bei uns, die Kennzeichen bleiben bei uns und die werden wir jetzt so schnell wie möglich dann natürlich an Ihre zuständige Zutassungsstelle schicken. Jetzt ist es so, der Fahrzeugschlüssel wird, Ihr Fahrzeugschlüssel wird jetzt hinterlegt auf dem Polizeirevier Friedrichshafen. Ja, ich meine es. Dementsprechend müssen Sie gucken, ob Sie jetzt schon was rausnehmen aus dem Auto und das halt alles bei sich haben, alles Wichtige. Ja, ich bringe Schlüssel nachher rüber. Genau. Okay, gut. Dann verbleiben wir erst mal so. Wir sind ja jetzt noch eine Weile da. Spät. Gut. Ja. Dann kommen wir dann später mal, um den Schlüssel dann abzuholen, gell? Super. Okay, super, danke, gell? Okay. Der Herr war ja wirklich sehr umgänglich. Er war wirklich sehr zuvorkommend auch, total ruhig geblieben. Natürlich ist es für uns dann, ja, wir sehen es natürlich auch mit einem weinenden Auge, weil wir möchten ja den Herrn jetzt nicht, oder den Personen nicht den Tag verderben durch so eine Aktion, uns geht es ja hauptsächlich um die Verkehrssicherheit. Und hier war es definitiv gefährdet. Es hätte, wenn vielleicht auch nicht heute, aber vielleicht irgendwann wirklich zu einer gefährlichen Situation kommen können. Und die haben wir heute hoffentlich verhindert. Bei der heutigen Großkontrolle sind rund 40 Einsatzkräfte dabei. Neben Polizisten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen kontrollieren auch Kollegen aus Österreich und der Schweiz die getunten Fahrzeuge. Was natürlich viele nicht wissen, diese Veränderungen, wenn sie nicht eingetragen sind oder Sonstiges und es passiert wirklich ein Unfall, was macht die Versicherung? Regressansprüche. Und das kann natürlich dann wirklich sehr stark ins Geld gehen und muss wirklich nicht sein. Deswegen klären wir natürlich auch gern die Fahrer auf. Tragt euer Zeug ein. Bitte macht alles legal. Dann werdet ihr sicher fahren und es wird definitiv keine Probleme mit der Versicherung geben. Andreas Kudela kontrolliert als nächstes einen getunten Golf mit österreichischem Kennzeichen. Hallo, die Verkehrspolizei Ravensburg. Eine Verkehrskontrolle, Führerschein und Ihren Fahrzeugschein. Bitte. So, da habe ich einmal dran, die Papier. Jawohl, hervorragend. Super, vielen Dank. Also, dann gehen wir mal alles nach der Reihe. Hier sieht man schon, da legt die Dame sehr viel Wert auf, dass alles schön eingetragen ist, beziehungsweise die Dokumente da sind. Bekommt man ab und zu mal ausgehändigt. Das ist natürlich für uns sehr gut, dadurch, dass wir natürlich alles an Ort und Stelle haben und wir alles nacheinander schön chronologisch abprüfen können. Und hier haben wir natürlich auch einen Fahrzeugschein dazu. Da müssen wir jetzt schauen, was davon ist jetzt hier eingetragen und was braucht vielleicht gar keine Eintragung. Genau. Okay. Marco Kammer fallen die Reifen mit blauen Felgen auf. Gut, was für eine Größe haben wir denn, sind es diese 175? Das sind die 18 Zoll. Das sind die 18 Zoll? Genau. So. Da hier. 225, 18 Zoll. Das sind sie? Genau. Okay, dann schauen wir gerade mal, ob wir die Bezeichnung gleich finden. Darf ich die in Ordnung ablegen? Ja. Wunderbar. Wunderbar. 225, 40, 18. Perfekt. Okay. Also die sind auch drauf. Und ist da auch eine passende Felge gleich mit eingetragen? Ja. Ist das dann, was sollen wir mal schauen? Leichtmetallfelgen Wheel World. KBA 48747. 48747. Perfekt, genau. Okay. Nicht eingetragen, das ist der Ausruf, aber der ist Eintragungsfeld. Perfekt. Alle Bauteile, die mit einer sogenannten E-Nummer gekennzeichnet sind, müssen nicht im Fahrzeugschein vermerkt sein. In diesem Fall ist die notwendige Kennzeichnung vorhanden. Der Auspuff des getunten Golf ist somit legal. Zumindest optisch. Marco Kammer und Andreas Kodella wollen hören, ob die angetragene Maximal-Lautstärke passt. Jetzt soll er bei 3750 Umdrehungen 80 Dezibel einhalten. Natürlich können wir uns mit dem Gehör jetzt nicht sagen, ja das sind 80 Dezibel, aber wir können ja zumindest mal einen Verdacht eventuell begründen. und dann können wir rüber verlegen zur Schallpegelmessung. Also Sie gehen langsam hoch. Am besten gucken, dass Sie nicht rüber kommen. Wir machen mal drüben eine Probenmessung zur Sicherheit. Also wir fahren hier drüben, da auf dem Parkplatz fahren wir, da haben wir eine Messstelle eingerichtet, da machen wir mal kurz eine Probemessung. Genau. Bei der Probemessung überprüfen die Polizisten mit Hilfe eines Schallpegelmessgeräts, ob sich ihr Verdacht bestätigt. Die Dame hat ja das Auto hochgedreht auf 3750 Umdrehungen und letztendlich muss sie, sobald diese Zahl erreicht ist, den Fuß dann schlagartig weg tun. Und dann kommt es darauf an, wie hört sich jetzt dieser Auspuff an. Da war es jetzt so, sobald die Drehzahl runterging, hat er einen sehr basshaltigen, sonoren Klang gehabt und er war recht ausgeprägt, sage ich mal. Und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich auch Tatsache ist, ob der wirklich eventuell lauter ist als gedacht oder ob es sich einfach nur so angehört hat. Für die Schallpegelmessung müssen die beiden bestimmte Vorgaben einhalten. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, muss das Messgerät 50 Zentimeter vom Auspuff entfernt und mit einem Winkel von 45 Grad aufgestellt sein. Sollte das jetzt schon bei der ersten Messung weit über 80 sein, dann machen wir eine gerichtsverwertbare Messung. Das erkläre ich Ihnen dann aber nochmal. Sollte das jetzt bei 80 oder knapp über 80 sein, dann liegt das alles im Toleranzbereich. Dann können wir dann hier auch wieder die Sache beenden. Okay, dann setzen Sie sich bitte wieder rein. Dann bin jetzt auf 3750 und dann schlagartig den Fuß weg, sobald es erreicht wurde. So, noch ein bisschen mehr. Weiter, 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 weiter. Und jetzt Fuß schnell weg. Genau, so. 86,6. 86,6. Gut, das bedeutet... Wenn es 85 wäre, dann wäre es okay. Gut, das bedeutet, wir wären jetzt grob 7 Dezibel drüber. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine geeichte Messung. Dann würdest du sagen, das ist in Ordnung. Ja gut, aber wenn es halt eine EG-Genehmigung gibt, dann sehe ich es jetzt auch eher weniger problematisch tatsächlich. Gut, alles klar. Wenn es jetzt irgendwo bei 95, 96 oder sowas wäre, dann wäre es was anderes. Ja ja, dann wäre es was anderes. Aber wir sprechen ja hier jetzt von wenigen Dezibel letztendlich. Okay, gut. Dann dürften Sie hier wieder rückwärts rausfahren. Die Unterlagen? Ja. Danke. Die Polizisten drücken ein Auge zu. Die Tunerin ist erleichtert. Ich habe ihn original gekauft, habe ihn so verbaut, nicht irgendwie verändert und kann so wirklich was ändern an der Lautstärke. Also da bin ich jetzt froh, dass man sagt, okay, das passt so, weil sonst müsste ich wirklich einen anderen Auswurf auftun und hoffen, dass der dann leiser ist. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Für Andreas Codella und Marco Kammer war das für heute der letzte Fall. Insgesamt haben sie mit ihren Kollegen 55 Fahrzeuge kontrolliert. 17 davon durften nicht weiterfahren.